Los geht's. Ja, und dann lassen wir hier gleich mal den Dennis mit seiner Frage rein und ich werde die dann gleich im Anschluss ganz spontan hier beantworten. Hallo, Franzi. Ich bin neu gestartet im Marketing eines kleinen Unternehmens und soll da eine Jahresplanung erstellen. Allein gibt es dafür x Vorlagen, aber was sind so die Schlüsselpunkte, auf die ich achten muss? Worauf muss ich schauen? Danke schon mal für deine Antwort. Ja, danke Dennis. Und tatsächlich ist das ein großes Thema, die Jahresplanung. Wie mache ich eine Jahresplanung, wie mache ich generell eine Planung? Jetzt könnten wir hier natürlich ganz lange grundsätzlich über das Thema Planung sprechen und könnten hier die Schulbücher entsprechend konsultieren. Das machen wir nicht, sondern ich möchte hier generell ein paar Talking Points, Key Points mitgeben auf dem Weg rund um das Thema Planung und auf was du schauen musst. Die Planung ist bei der Planung eigentlich eines das übergeordnete Thema über alles und zwar brauchst du Ziele, denn nur wenn du Ziele hast und die Ziele auch